Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu den Bundesliga-Tipps. Ich tippe den 24. Spieltag und ja, was soll ich sagen, es geht direkt los mit der Freitagspartie und die hat es direkt in sich, denn das ist einfach ein Abstiegskampf pur, denn der 18. trifft auf den 17. Schalke gegen Mainz 05. Und ja, was soll man sagen, die Schalker zur Zeit, ja gut, jetzt der nächste Trainer dran, der sich beweisen soll, Schalke hat komplett aufgeräumt, was das angeht und ja, nach der 5-1-Niederlage sozusagen gegen Stuttgart, ja, die Mainzer zur Zeit, sagen wir mal so, sie sehen solider aus, also sie kriegen nicht so die Klatschen wie Schalke und haben deutlich weniger Trainer entlassen, aber auch die haben schon Trainer entlassen, also auch da sind die Mainzer auch mit dabei, sag ich mal, und ja, haben 1-0 gegen Augsburg verloren, war relativ knapp, auch unglücklich durch einen Torwartfehler, also da hätte es auch durchaus 0-0 ausgehen dürfen. Deswegen, ich glaube, die Mainzer haben den Abstiegskampf, ja, mehr erkannt als die Schalker tatsächlich, zumindest die Spieler und deswegen glaube ich auch, am Ende wird Mainz 2-1 gegen Schalke gewinnen. Machen wir weiter mit Gladbach gegen Leverkusen und das, ja, kommen wir zum Abstiegskampf ins Rheinderby sozusagen und ja, die Gladbacher seit dem Derby gegen Köln sind sie irgendwie nicht mehr oder können sie nicht mehr so gut gewinnen. Jetzt im DFB-Pokal sind sie ja auch ausgeschieden und es sieht nicht so gut aus für die Gladbacher und deswegen, also, die Gladbacher ja auch 2-0 geführt in der Bundesliga gegen Leipzig und am Ende noch 3-2 verloren. Die Leverkusener entgegen haben auch verloren und zwar 2-1 gegen den SC Freiburg und deswegen komme ich zu einem klassischen Ergebnis und zwar am Ende trennen sich beide Vereine mit 1-1. Hoffenheim gegen Wolfsburg ist die nächste Partie. Ja, die Wolfsburg hat 2-0 gegen Hertha gewonnen und im DFB-Pokal zwar jetzt ausgeschieden gegen Leipzig, aber es war ein sehr, sehr gutes Spiel, muss man sagen, ich habe es gesehen und das hat mich schon sehr, sehr begeistert als Fußballfan. Ja, und die Hoffenheimer 1-1 am Ende gegen Union Berlin. Deswegen, ich glaube, am Ende wird Wolfsburg die, ja, die überlegenere Mannschaft sein, die qualitativ bessere Mannschaft und deswegen gewinnen die Wölfe mit 2-0 gegen die TSG aus Hoffenheim. Machen wir weiter mit Freiburg gegen Leipzig. Und ja, wie schon gesagt, die Freiburger haben ja gewonnen 2-1 gegen Leverkusen und die Leipziger haben am Ende 3-2 gewonnen gegen die Gladbacher. Jetzt auch im DFB-Pokal haben sie auch 2-0 gewonnen gegen Wolfsburg und deswegen, ich glaube nicht, dass für Freiburg da die Hinsen sind. Zwar ist das eine gute Mannschaft, die Freiburger, gar keine Frage, aber ich denke mal, für Leipzig wird es nicht reichen und deswegen gewinnt Leipzig ebenfalls wie Wolfsburg mit 2-0. Die Frankfurter gegen die Stuttgarter ist die nächste Partie und die Frankfurter, ja, wie gesagt, haben überraschenderweise gegen Bremen verloren, was mich wirklich überrascht hat. Und die Stuttgarter haben, ja, souverän mit 5-1 gegen Schalke gewonnen. Ja, was soll ich dazu sagen? Die Frankfurter glaube ich schon, dass die noch spielerisch besser sind als die Stuttgarter. Ich glaube, diesmal werden sie sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen und deswegen gewinnen sie am Ende auch mit 2-1. Hertha gegen Augsburg ist die nächste Partie. Ja, wie gesagt, die Herthaner, 2-0 gegen Wolfsburg verloren. Zurzeit läuft bei dem Big City Club, wie sie sich selber auch genannt haben, nicht so ganz rund. Ziel war ja Europa und man muss der Realität ins Auge blicken, dass sie zurzeit um die Klasse kämpfen. Augsburg ist zurzeit auf Platz Nummero. Jetzt muss ich gerade hier nochmal gucken auf Kicker und zwar auf Platz Nummero 13, also direkt hinter oder vor dem FC vielmehr. Und ja, die Augsburger gegen die Herthaner ist eigentlich auch ein klassisches Abstiegs-Duell sozusagen und deswegen am Ende schießt keiner Tore, sondern am Ende trennen sie sich mit 0-0. Kommen wir zum B-Win-Topspiel und darüber freue ich mich sehr drüber. Und zwar Bayern gegen Dortmund. Die Bayern durften ja gegen Köln spielen und sie haben uns am Ende zu hoch, meiner Meinung nach, wie ich das ja schon im letzten Video gesagt habe, zu hoch besiegt mit 5-1. Und die Dortmunder haben am Ende 3-0 gegen Arminia Bielefeld gewonnen. Und man muss sagen, die Bayern, die haben schon gegen Köln auch öfters mal was geschludert, zum Beispiel auch der Manuel Neuer, wo Dominik Drexler am Pfosten getroffen hat oder den Ball am Pfosten getroffen hat. Und ja, das darfst du gegen Dortmund nicht machen, denn die werden diese Chancen nutzen, nicht so wie der FC. Und deswegen, ich bin echt gespannt. Ich glaube auch, dass der FC Bayern auf jeden Fall auch Gegentore bekommen wird. Gerade so ein Erling Haaland, der wird da auf jeden Fall nicht lange zögern, wenn es dann so eine Chance gibt, wie bei Dominik Drexler. Und deswegen, glaube ich, am Ende wird keiner gewinnen. Deswegen mein Tipp, Bayern gegen Dortmund trennen sich am Ende mit 2-2. Kommen wir zur ersten Sonntagpartie und zwar zum 1. FC Köln gegen Werder Bremen. Ja, und die Bremer, wie schon gesagt, überraschenderweise gegen Frankfurt gewonnen, haben sehr, sehr gut gespielt und es war nicht unverdient der Sieg. Das habe ich gesehen und die Kölner, ja, man weiß zurzeit nicht genau als FC-Fan, wie der FC jetzt steht, weil gegen große Mannschaften spielen sie mutig nach vorne und ja, gut, am Ende verlieren sie dann trotzdem manchmal, außer gegen Dortmund und so. Aber ja, deswegen, es ist schwierig. Und bei kleineren Vereinen, wo du dir dann denkst, ja, wenn man mutig nach vorne spielt, dann wirst du gegen Bremen, gegen Augsburg was holen und genau dann spielen sie total verängstigt nach hinten und man denkt, wo ist diese Mutigkeit jetzt hin, die wir gegen Bayern gehabt haben oder gegen Dortmund oder gegen Leipzig. Deswegen, ich glaube eher, dass es wieder, ja, dass die Kölner sich eher wieder nach hinten reinstellen werden und wieder Angst haben werden, was ich nicht nachvollziehen kann. Ich werde es im Übrigen auch live kommentieren auf Instagram, also schaut da auch gern vorbei. Um 15.30 Uhr am Sonntag geht es da los oder eher gesagt, um 15.15 Uhr geht es da los mit Hymne, mit Aufstellung und allem drum und dran. Ja, zu meinem Tipp jetzt sozusagen, ich glaube eher weniger, dass der FC was gewinnen wird. Ich hoffe natürlich, weil eigentlich musst du gegen Bremen gewinnen, um da unten rauszukommen. Aber von der sportlichen Leistung her fehlt mir da zur Zeit wirklich die Fantasie zu, da gegen Bremen zu tippen. Und deswegen, ich glaube, am Ende wird es knapp, verliert der FC mit 1 zu 0 gegen Bremen. Kommen wir zur letzten Partie und zwar Bielefeld gegen Union Berlin. Ja, und die Bielefelder, die tun sich ein bisschen schwer, haben jetzt auch im Trainer entlassen. Viele Bielefelder sind da nicht so begeistert von, dass jetzt der Uwe Neuhaus, ja, gefeuert wurde. Sind jetzt sozusagen auch in der 1. Liga angekommen. Ja, und Union Berlin zur Zeit auf Platz 7, also wirklich sehr, sehr gut für einen Aufsteiger, ist das sehr, sehr stark. Klar, am Anfang der Saison haben sie ja gefühlt noch um die Champions League gespielt, aber es war natürlich auch klar, dass sie es nicht komplett durchhalten werden. Aber gut, die Bundesliga läuft ja auch noch was und Bielefeld ist ein Gegner, den man auf jeden Fall schlagen kann, wenn ich sogar schlagen muss als Union Berlin, sag ich mal. Und deswegen, ich glaube, am Ende schlägt auch Union Berlin zwar knapp, aber am Ende mit 1 zu 0. Ja, und das waren meine Bundesliga-Tipps. Schreibt auch gerne eure Tipps in die Kommentare. Wenn es euch auch gefallen hat, lasst auch gerne ein Like da. Und wenn ihr mehr sehen wollt, aktiviert die Glocke, dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn ich ein Video hochgeladen habe. Und würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr am Ende noch ein Abo dalassen würdet. Also, ja, was bleibt anschließend noch zu sagen? Ich hoffe natürlich, dass der FC gewinnt, aber wie gesagt, mein Tipp ist definitiv 1 zu 0 gegen den FC. Vielleicht lasse ich mich ja einen besseren belehren, ich würde mich freuen. Aber man muss am Ende schon realistisch sein, dass die Bremer keine schlechte Saison spielen. Der FC, wie gesagt, der spielt immer total Angsthasenfußball, wenn es dann mal gegen Mannschaften geht, die halt machbar sind. Und das ist halt das, was sehr, sehr schade ist. Naja, wie gesagt, lasst gerne eure Meinung zum Video auch da. Findet ihr das cool, dieses Projekt? Oder sagt ihr Ernährung, das ist nicht so cool? Dann schreibt es mir ebenfalls in die Kommentare. Und ja, bis dahin, bleibt sportlich und ciao!